Hallo, willkommen zurück bei Aurorium. Wie bist du ein Hitspieler? Wollen wir mal auf dem Haufen-Shower? Hey, ich spieg schon. So, ich hab gestern ein paar Fische gebaut, worauf sie ist in Auftrag gegeben. Dann muss der Mama aus. Dann haben wir noch einen Battlestar Galactica. Also jetzt noch mal fertig. Ich finde, dass der ziemlich... ...gut, damit gut detailliert ist. Die sah ziemlich cool aus. Da sind sogar nur ein White Pass. Es ist ja der... Also der hat ja die Battlestar Galactica nach der Serie nachgebaut. Weil da ist der zweite... Na? Also der zweite Flügel ist ja das Museumteil. Ähm... Und da sind dann eben die Ding... Da sind eben... Äh... 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 Zwei... Zwei... Ja... Zwei sauerbare... Star Trek Schiffe gebaut. Ähm... Die sind von der Detailgrad. Ich mein... Die Battlestar Galactica. Die sind ja da wirklich fast eins zu eins... Äh... Also das muss wirklich voll viel wahr gewesen sein, ne? Das so genau nachzubauen, ne? Also das... Was ich hier auf dem Arbeiten... Das kann ich mir vorstellen. Genau. Warte mal... Irgendwo... Ähm... Ist die da? Oder... Wo würde ich lassen? Nein, die würde ich auch anders lassen. Die ist auch schon... Äh... Ein paar... Ein paar... Ein paar Schiffe gebaut. Die sind schon... Äh... Die Midway. So. Ein paar Schiffe. Okay, das ist wohl auch irgendein... Ein paar Schiffe. Hmm... Schönen wir wollen. Ehhhh... Na, warte. Ah... Fünf. Ich weiß, dass ein Martian... Okay, das ist ja... Fünf. Okay. Ach, hier doch einfach nur... Äh... Ja. Damit... F... 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 Fünf? Genau. Dann muss ich mir noch einfallen lassen. Äh... Äh... Ich bin schon... Äh... Über alles. Keine Ahnung, wie weit es... geht? Da sind... Konfrontiert... Äh... Dann machen wir mal... Äh... Was war's noch? Schiff? Genau. Äh... Ich glaub den mit dem bin ich eh schon befreut, oder? Warte mal... Warte mal... Oder nicht... Oder nicht... Warte mal... Warte mal... Wo ist da... Der Freund ist ein Mitspieler... Nimm Mut damit, dass der... Oder wo ist mein Freund dabei? Ähm... Ah... Entschuldigung, dass ich frest werde... Ähm... Ähm... Doch, doch, doch... Ähm... Figur... Nachricht... Ähm... 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 Und ich hab dann mit einem�el. Und ich hab dir expose... Alles mit welcher, äh, genau, das ist die Excelsior, wo ist die eben noch ein Opena-Class ist gebaut, wo er das, wo er das hinten ist. Hm. Wo ist da oben, lassen wir da oben wohl einmal, äh, um zu schauen, wie gut da leh. Äh, gar nicht. Hm, nicht nah, naja. Oh, es ist wirklich los, außer es ist zerstört worden, das ist gar nicht lebt. Hallo. Seht ihr? Opena. Da. Genau, genau, genau. Da ist ja so ne, äh, eigentlich, ne, kommt ja ein Lobotex vor, ne. Eigentlich so ne Mischung zwischen der Excelsior-Class und mit den, mit den, äh, äh. So, ich schaue das wie ein Schiff der Excelsior-Class. Die, ne, die, 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 die Aufgaben sind halt eher wie von den Zorro-Rollen. Klasse. Und man sagt, dass ich das auch nicht so mag. Ich meine, die schaut schon cool aus, aber, äh, ich mag halt die, die klassische Excelsior-Class einfach lieber, ne. Äh, damit meine ich ja, nicht nur die Excelsior-Class an sich, sondern die Retrofit und die Retrorefit, ne. Was ich nicht mag, ist die Excelsior-Class. Das finde ich erstens ganz komisch in Star Trek, dass man auf einmal Staun statt Buchstaben benutzt. Das ist ja ganz unruhig, das haben sie ja nie gemacht, ne. Also, die haben ja nie Excelsior, äh, äh, die haben immer Enterprise A, Enterprise B, Enterprise C, Enterprise D, Enterprise E, Enterprise F, Enterprise G und, weiß ich nicht was, noch viele Buchstaben, aber die haben nie Zahlen benutzt für Star Trek. Und dann auf einmal, äh, das ist eben, und deswegen war hier BK überhaupt nicht, also die, äh, Star Trek BK überhaupt nicht, weil da einfach alles so unlogisch ist, irgendwie, äh. Und das ist irgendwie, das ist noch von mir am ehesten die, äh, die, äh, Serie, die halt ein bisschen so Fanservice sein soll, aber irgendwie machen sie einfach so viel falsch. Und dann, ja, ich bin ja einfach eh, ob ihr es kriegt. Äh, stimmt ja, ja, Leid ausgebildet. Warte, wird noch, wird noch, wird noch. Wenn man da kann jetzt wirklich auch passieren. Du bist so richtig, äh, mit diesen오ßen? Ooh, also die Nomaden. Jetzt, okay. Bis heute, okay. Was denn der Willse? Äh, überhaupt noch müssen wir die auch dran. Ähh. Okay, sag ich auch noch drei dazu haben. Machen wir das schon, äh, also noch was, da, 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 wenn wir noch, wenn wir da ausgebildet sind, sind wir da fertig, genau. Äh, na, na, na. Na, das ist okay, wenn wir da ausgebildet, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du. Äh, na, und, äh, wenn wir, wenn wir, äh, naja, aber es ist einfach irgendwie so, äh, äh, muss sagen, da mag ich, äh, Stranger Worlds, mag ich, äh, aber man sieht da natürlich auch ein bisschen was ändern, zum Beispiel das aus in der Gorn, was ich zwar zum Teil verstehen will, äh, der Gorn ja auch in, äh, äh, troste doch ein bisschen, äh, genau, da haben wir die exerisiert, ja. Ich glaube, dass man sagt, eigentlich, irgendwie ist das so eine Mischung zwischen der, äh, normalen und der Retrofit, also jetzt auf jeden Fall die Retrorefit, ne. Die, die, ihr kennt mehr, mich, ich bin ja auch Static, ne, und so, ja. Ich mein, es schaut schon ähnlich aus, aber im Vergleich zu, äh, ich hab da extra noch ein Quartier dazu bauen müssen, das ist mir da für wenig geworden, grad auf einem Exeriser-Klasse-Schiff hauenweise, 750 Kleidplatz, und ich hab maximal, äh, mit Gästen, sind es über 1000, was waren es, 1200, Ruhig zu gut so was, irgendwie, äh, wie mein, äh, weil Exerisiert-Gläs oft die auch so Botschafter transportieren, ne, also wo halt fahren wir, ne, äh, ich bin ein großer Fan der Exerisiert-Gläs, äh, dass ich, äh, meine Vorherg sind sogar, äh, im Schlafzimmer und so. Sonst habe ich ja überall eine Rolle los. Aber in meinem Schlafzimmer halte ich keine Dinge. Das ist das Einzige vielleicht, wo man dann geht, dass ich ein bisschen nerdig bei mir. Das ist mein Einziger. Vielleicht dem noch, wo ich noch zugestehe, dass man sagen könnte. Das ist noch ein bisschen nerdig bei meinem Excel-Serklasse-Vorhang. Was auch lustig ist, dass das sowieso falsch ist. Bei den Wuppgongeln stimmt bei der Excel-Serklasse nicht so viel drüber. Die sind ziemlich eben. Die unter der ersten Sektion und die Ding, die sind fast auf der gleichen, also nicht ganz auf der gleichen Höhe, aber da ist die unter der ersten Sektion viel zu niedrig. Also die gehört mindestens die Hälfte nochmal auf so alles. Also ich weiß nicht, ob ich die jetzt benutze oder nicht benutze. Äh, die ist die Ding. Das ist einmal die Tour jetzt ein bisschen problematisch. Die schauen ein bisschen komisch aus. Ich lese die Fäße. Einmal. Ja. Und ein bisschen komisch aus. Ja. 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 Okay, weil jetzt einmal genau jetzt habe ich da einige Kanonschiffe schon gebaut. Äh, ich habe die Beläge jetzt noch da geholt. Da irgendwo. Da. Ähm, ich muss aber schnell überlegen, ob ich da so eine Tour bau ne. Oder vielleicht da so ein Tour ne. Das man quasi ans normale Torsystem anschlossen wird. Na, dass man quasi da nicht. Äh, grad mit Schiffen, die heute, äh, euhhh. Ehm, äh, ähm. Da haben wir gerade, übrigens das spinnt auch immer wieder, ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, jetzt versuche ich die Zähne das natürlich nicht zu verwenden, weil das Feine den bis dahinter kommt, das ist auch nicht so das Feine, da warten wir genau, was haben wir gestern gesagt, ich glaube als nächstes wollte ich nicht, was wieder, jetzt habe ich ihn eigentlich nicht ab, warten wir mal. Was will nicht? Oh genau, ich glaube es war eine Alpenmetallfabrik. Immer gedacht, ob ich da vielleicht ein Schiff wirft einstelle. Ich meine, wir haben natürlich da gleich im nächsten Schiff wirft. So, da hat einmal die Frau gesetzt. Wo stelle ich das hin? Ich werde ein bisschen weiter außen. So, da haben wir die... Die Quackenfilde. Die Quackenfilde. Oh, ich werde es sogar vergessen. Die Quackenfilde. Ich werde es nicht mehr so sagen. Ich werde es nicht mehr so sagen. Ich werde es nicht mehr so sagen. Okay, da ist noch nix drin. Genau, da waren wir noch heute bestellen. Ah, jetzt transformieren. Genau, da waren wir dünn. Genau. Okay, dann hat der jetzt Schilde. Jetzt mit der Energie aus. Was denn, was denn? Wir brauchen jetzt wieder einen Schilde. Ja, so, das ist das. Wir haben mal da Bohrleit aus. Wir führen da jetzt drin. Wir brauchen jetzt einen Schilde. Oder wir haben einen Schilde mit dem Schilde. Wir haben eine Schilde. Wir nehmen die Schilde, die Schilde, die Schilde. 1. Staffel Was sieg's dann? Ähm, jetzt hat der ich auch noch, äh Warte mal Fangen, Captain Ja, Antes siebische Viel new an Oh, her dauert wie soll er es noch Damen , Uuuuuhh Okay, warte mal, gehen wir mal kurz runter. Ah! Uuuuhh Ich weiß, dass es jetzt empfiehlt. Uuuuhh, okay, okay, ich bin noch ein bisschen. Uuuuhhh So, passt schon wieder so. So, was da bin ich noch dran? So, hm, was da bin ich noch dran? So, hm. So, ich bin noch dran. So, und dann... Hä? Letztlos ist dieser Karten und Pfiff. Wo er jetzt hat viel erbaut. Den kann es sein. Ich hab Bier wohl vergessen. Ja, das ist die. Das ist die, zwar kommt die Gleifflüge. Okay. Den kann ich jetzt fliegen. Okay, das ist die, kann ich jetzt fliegen. Okay, also die kann ich jetzt eigentlich fliegen. Das ist das, was ich fliegen. Okay. Das ist das. 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 Das ist der Karten-Schiff. Dass das ist. Die bin ja hinten am Dessert-Dessert gebaut. Das ist ja zu beten, dasselbe. Das ist ja zu beten, dasselbe. Das ist ja zu beten. Ja, da kann man, oh genau, da kann man eine Station rufen. So, ich habe jetzt noch eine Station rufen. Lasschen, lasschen, lasschen. Was ist das? So, ich habe jetzt eine Station rufen. So, na komm, warte ich. Passt schon, ja. So, okay, so. Station rufen, alles mit der Hände. Genau, jetzt kann ich da noch dichter schauen. Okay, wie schaut das aus? Ist es dunkel, oder? Oh. Genau, wie eine Alpen darf, habe ich auch schon gehört. So, dear. So, dear. So. So. Die für Billa crew, wie immer. Dann werden wir da kommen und die jetzt anheuern. Hm. Der Kyodium-Piloten will er noch anheuern. So, warte mal. Als erstes brauchen wir da mal einen... ...Transporter-Block. So. Hm. So. 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 Warte mal ein bisschen dicker. Ein bisschen kleiner kann ich noch. So. So circa. Ja, kann man so. Genau. Dann braucht man natürlich noch Software. Hm. Aber einiges besorgt jetzt. Genau, äh. So. Dann mal. Hm. Hm. So. 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 Wie. So. 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 Was ist das hier? Okay. Okay. Right. Da haben wir, äh. Ah, das auch. Was haben wir jetzt? Brauchen wir eine stärkere Energie. Ja doch. Siehst du, ist der Frachtraum? Da ist es Frachtraum. Hm. Wie viel Strom wird denn? Dann bauen wir einfach ein Strommodul ein. Echt scheider. Und ich etwas, ja. So. Was brauchen wir noch? Äh. Nun kapfen. Und. Nein, ich kann nicht mehr. Es muss jetzt zu kurz sein. Hm. Nein. Dann stecken wir ungefähr. Ja, es ist ein bisschen so. Und dann ist es so wichtig. Ich weiß nicht, dass wir da reden. Aber was wir jetzt tun haben... Ich weiß nicht, dass Sie nicht mehr fahren können. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sie haben es wirklich... Ich weiß nicht. Und dann geht es um eine neue Schraube. Und dann geht es um eine neue Schraube. Untertitelung des ZDF, 2021 und dann wollen wir zuerst ein Auto zu weisen so, aber dann wollen wir jetzt alle aussagen ja, das ist ja egal es gibt es auch alle da sind 19 Lettren dann brauchen wir noch vielleicht 21 oder 14 da brauchen wir noch ein bisschen mehr Akademie das ist auch kaputt hier ja, das ist schön es ist trotzdem immer lustig, dass Akademie immer so viel Platz braucht eigentlich, wenn man logisch denkt da warst du ja, da warst du ja, da warst du ja nicht so ein Haufen der Teile, bist du neust aber jetzt muss ich wieder ein bisschen überdrehen die Quartier okay, da ist schon ein Altmetall drin ja gut aber der Frachtraum ist jetzt fast voll wir brauchen auf jeden Fall mehr Frachtraum ich merke doch, dass das der Frachtraum ist, ne aber das ist Prozession hin drauf und der Weite okay hmm okay 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 wie Ich habe das nicht mehr, ich werde nicht mehr. Ich werde das nicht mehr. Ich werde das nicht mehr. Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich kann nicht kopieren und einfügen. Alt. Warte mal. Alt. 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 Und wer ist der? Also man kann zwar einfügen, aber man kann nicht, äh, Vierner. So, und eigentlich kämpft man gleich weiter mit wieviel Zeit haben wir jetzt wieder vor Ok, dann wollen wir angefangen, bis zur nächsten Folge.